Gretchen Wahnsinn aus Mittelfranke, die Wolfschaufferer! Lasst euch nicht schnappen! Vorstadt und Donzau blickt in der Nähe von Göppingen, also die sind auch schon weiter unterwegs heute. Die Wolfschauffer! Dijfen! 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 Vielen Dank. Und jetzt kommt's, was die Pfarrer angekündigt hat, nicht gar nicht so weit weg von Nürnberg, aus Mittelfranken, 221 Kilometer pro Strecke angereist. Einen großen Applaus für die mitteläschbare Wolfschauffer. Und du wärst gleich am Dialekt fränkisch gesprochen. Wahnsinn, das ist die Ankreiszeit extra nach Fulninger, toll, mit ihren Schnappfüchern. Toll, toll, toll. Da musst du halt aufpassen, dass du jetzt unter die Räder kommst. Wahnsinn aus Mittelfranken, die Wolfschauffer. Lasst euch nicht schnappen. Ich komme nach Reutlinger, zur Gretelhälfte. Ich schaff mein 40er Geburtstag vorbei. Der Michael. Ja, wer jetzt? Gretelhälfte. Wer jetzt? Wir haben uns noch was zu verkündet, die Nina hat eure Zwillige bekommen, Nina Götter, Zwillige! Zwillige! Exa! 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 De Teufel! Bögen? Exa! Gehen! Gehen! Der Deufel! Der Deufel! Der Deufel! Der Deufel! Der Deufel! Der Deufel! So, nach Betzingen gehen wir weiter nach Gonsdorf zu den Stären gucken. Der Matthias Kneiding ist der Vorstand. Und Donzorf liegt in der Nähe von Göppingen, also die sind auch schon weiter unterwegs heute. Ha ha ha! So, und gleich geht es weiter und so weiter sind zwei Loflöpfe steckt. Und alle sind in blau, wenn man was braucht, und die Begriffe sind in Flamme. Flamme, 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 voll. Reihe, Reihe, Ruhe, und body, body. Strähnl! Juhu, 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 Juhu. Juhu, 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 Juhu. Juhu, 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 Juhu.